Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fährt dir nach neun Jahren aus. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Oh nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hattest du deinen Mann für eine jüngere verlassen, oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Wüchser. Musik 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 Musik